So, willkommen zurück bei 32 Grad. Eigentlich wollte ich heute aufs Feld, aber irgendwie ist mir, glaube ich, ein bisschen zu heiß. Und, ja, er baut, so ist er nicht angekommen, somit ist das eh, unmöglich, nach Gehmeinwall ist es gescheiter, ist es nicht so heiß. Und schauen wir sich diesen Hohlweg ein bisschen an. So, ich bin in der Nähe von Weidezaun, jetzt habe ich da immer das Signal und da bin natürlich wieder, so fängt es wieder einmal an. So, ich bin in der Nähe von Weidezaun. So, ich bin in der Nähe von Weidezaun. So, ich bin in der Nähe von Weidezaun. Ich bin ja gut, dass das zu mir kein, das Ding. Ach, komm mal. Kommi. 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 so wie die mal heißen lassen so wie die mal heißen lassen Ich will jetzt nicht sagen, was das ist, das Reinigen daran. Kurzer Ausflug zu Ende, mit natürlich nichts. Oh ja, gerne machen. Das freut mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war wieder kurz. Bis zum nächsten Mal.